ich bin ja mal so frei ja ich wollte nur eine kleine seite setzen hast ja geschafft aber die spontane sofort ja dankeschön dann brauche ich einmal bitte kulti wartet und eine modeste modell modeste ich habe jetzt alles fertig nano wie sinister brauche ich auch deswegen wieder zwei davon also ich brauche acht davon habe ich das richtig da muss ich mir jetzt mal kurz in die hülle des löwenwagen einer stelle hin weiß mich nicht aber schmerz stelle weg die bühne ich brauchte die bühne so eine kalte welt oder eine sinister ergibt eine feinde ist genau sehr gut dann heißt danach gibt es kloster und bienen schon mal ich brauche fragen press er hast du den ender drachen schon gelegt der weg wurde der ganze relativ gut die die stadt fast bienen suchen moment in endermann und habe ich habe schon gesehen im augenriegel so kostet hier in der wurde wie machst du die kannst du das nicht ganz normale luft das natürlich propolis na klar überfragt wo kriege ich dieses ende es kommt kein strom mehr zum lager es kommt kein strom mehr zum lager das mal ein bodel wir sind alle die dinge wahrscheinlich wieder anschmeißen das hat nämlich kein strom das geht doch doch geht ok ok jetzt habe ich gesagt die legend und in der r in der r und die legend kriegte man aus kommen und grüße die süße kleine tropical biene ist auch blöd weil die einen vergiftet das macht es jetzt nicht besser naja anfangen und das tor erst haben wow ja was hast du tun ne doch mach mal das schöne elferportal ich glaube das ist einfach der ender drachen zu töten ja wir jetzt nur wenn den geier boss killen muss oder sowas wohl egal ob es zwei schön geier spielst aber sie auch die rüstung bau wo man fliegt klingen kann aber das geht eigentlich noch der geier boss ist gar nicht so gut geht es nur extrem nervig finde ich auf dem alten server habe ich den irgendwie weiß ich nicht wie oft gemacht ja ich sag ja mit den mit den spirit kann man ja da müssen wir die kabel anders pflegen dass sie in der wand irgendwo versteckt sind ähm ja ich weiß gar nicht braucht man die geist dafür eigentlich noch die gibt es immer noch ja ja ich meine braucht man die für die rüstung ich glaube aber schon gehe ich mal sehr stark von aus für die tiara also ich kann dir sagen es wird nicht einfacher sein als sonst ja glaube ich einfacher ist ne brauchst du gaia spirit elementium einmal ender airball und fehler ich glaube ender hat einfach den drachen getötet dann kriegst du die flügel tiara aber das bräuchte ich irgendwie wird stark ist stark sowas wie ein powerbogen besser wäre ja eigentlich dann noch die topical wird wahrscheinlich hier nicht funktionieren ja hör doch auf mich zu beißen du blöde biene und tika ist nicht nur wie auch immer aua auf jetzt das ist jetzt auf aufhören sage ich was zu kohol zu jetzt müssen wir ja dschungel dingen bauen äh ganzen upgrades hier bb인이 bb wie zärtlich be Omaha in der Tisch in der tisch in der tisch bin ich eigentlich schon auf einmal wie zeigt mir denn gar nichts an eigentlich schon warte mal power ok power 1 was ist denn los mit dir du alte noble du sagst mir schon oh too cold man da muss ich schon wieder ein upgrade machen power auf damit ich kann schon power gerade upgrade einmal hell emulation so viel bronze dschungel brauche ich dschungel ok hatten wir schon einen dschungel gefunden wir hatten noch beins ne irgendwo keine ahnung wir hatten welche auf jeden fall mal ok dschungel gm dschungel gm dschungel gm Wir haben auf jeden Fall welche wegen den Moss-Stone haben wir da mitgemacht. Ähm, den kann man chisseln. Ok. Hast du rein zufällig noch von diesen blauen Kabeln? Ja. Gut. Hm. Merci. Tschüss, tschüss, tschüss. Hm. Ja. das geht so nicht so jetzt müsste das system wieder strom wir müssen den einen hier wieder erst starten der brauchte doch am anfang strom damit er wird anzeigt ich glaube wir müssen den tatsächlich mit einer direkten stromquelle verbinden ja oder nee die was ohne mob fahren wenig level jetzt brauche ich auf einmal 71 level was ist jetzt nicht verarschen ok so geht schon mal nicht ich habe keine ahnung ich bezweifle ist glaube ich immer ein kabel oder halt diesen connector zum ausgeben muss man es doch mal meine kapasite bank von an der europa stand oder einfach mit einem dicken stromkabel überziehen oder so ein fluxdoktor oder so das 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 ist denn davon kapasitas noch für speicher gab eigentlich nur in die wirklich groß sind abgesehen von draconik speichern äh ja mh die die Hä. Jetzt. Oh. wo man in war für in war in war wo man in war dahin und dahin so dann machen wir das Problem ist nur, der irgendwie hochgelegt hat und das hat sie es. Keine Ahnung. Ich kann hier noch fünfen. und jetzt ich baue eben eine Basic Capacitor Bank ich bin doch von mir ich will meine gerade gegen Vibrant austauschen schon gebaut also Vibrant immer gerne ne die will ich austauschen gegen Vibrant so ok naja im Prinzip beziehungsweise na wobei ich habe übrigens wohl so eine Granit Slap von der Treppe angeklickt für die Fassade ja das kann sein das wollt ihr aber nicht steht ja da um die Ecke und wartet auf mich was denn da los hä also so Und... 13, da... Hm, nee, nach hinten. Aber das ist ja die Eingangs-Gapassette Bank und die hintere ist die Ausgangs. Wetter war, ne? Guck mal mal. Das war nur vor Starkregen. Oh. Bis jetzt zu Hause hat gar nicht viel passieren. Was war hinten was? Ähm... Das ist die Eingangs-Gapassette Bank. Hier geht praktisch der Strom rein. Die hintere ist der Ausgang. So, haben wir die auch schon mal los hier? 21. 21. Neu. Hallo Enderman. Das ist ja nicht weg worden. Hm. Ist nicht so viel. Okay. Kommt Strom durch, passt. da wird sturm rein warum kriegt der strom kollege geht weg von meinen erwart und hast du nicht gesehen wir sollten jetzt was ich wollte er muss mit ihnen und dann ist es auch mal ein weiter gestorben das war der zombie noch da die schweine den armen hugo und egon und walter böse brüse zum ließen ich brauche noch mal ein paar 23 92